Pascal Breyer hat vor kurzem noch gesagt, es ist ab jetzt eigentlich nur noch Kopfsache. Der Pascal Breyer hat seit drei Wochen Kopfschmerzen. Und wie geht es dir? Hast du auch welche? Oder bist du da so cool, so entspannt? Wie leicht ist es für dich oder wie schwer ist es für dich, den Kopf da auszuschalten? Ja, es ist ja jeder anders, aber ich freue mich einfach darauf, weil wie gesagt, ich glaube für sowas spielt man Fußball.